Ich heiße Rainer. Ich bin Alkoholiker. Und du? Sein Körper steht in Flammen. Er fürchtet zu verbrennen. Das Feuer braucht ihm Luft. Sein klares Denken wird erstickt. Die Angst treibt ihn durch viele Straßen. Er sucht, verzweifelt einen Laden. Findet endlich ne offene Tür. Hier stürzt er rein. Kauft Bier, Schnaps und Wein. Draußen vor der Ladentür trinkt er sofort das Bier. Die Angst lässt nach. Er geht nach Haus und trinkt. Und trinkt ne Pulle, Schnaps noch aus. Auf Wiedersehen. Euer passar. Naimal der Ladentürạch. Er ist eine Art von Dach Kitchen. T CSic Sahnoice. Auf Wiedersehen. Sein Körper brennt nicht mehr so heiß, er hat den Brand gelöscht. Doch Blut wird immer übrig bleiben, solange er trinkt, wird Feuer steig. Er muss aus diesem Teufelskreis raus, sonst brennt ihm dieses Feuer aus. Er muss nur einmal die Hitze durchstehen, das Feuer wird dann von selbst ausgehen. Wenn er nicht will, dass Flammen steigen, muss er Alkohol viel immer meiden. Die Blut wird ewig in ihm bleiben und wenn er trinkt...